Herzlich willkommen im Autohof Reimers, Ihr kompetenter Vertragshändler für die Marken VW, Audi, Skoda, VW-Nutzfahrzeuge und Freizeitmobile in Rellingen, Schenefeld und Pinneberg. Auf über 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen eine große Auswahl an Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen. Der Autohof Reimers liegt in verkehrsgünstiger Lage an der A23, dem Pinneberger Bahnhof bzw. in Hamburg-Schenefeld. Für Ihre Mobilität stehen in unserer eigenen Autovermietung für Sie bereit Pkw-Transporter, Lkw bis 7,5 Tonnen und Kleinbusse. Mit unseren kundenfreundlichen Werkstattöffnungszeiten bis 20 Uhr und einem Notdienst rund um die Uhr haben wir frühzeitig Maßstäbe gesetzt. Express-Service für kleinere Arbeiten ist für uns selbstverständlich. Einen Besuch in einem der Autohäuser machen besonders die ständig wechselnden Aktionsangebote interessant. Unsere motivierten und zertifizierten Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch. Die Firma Autorhof Reimers GmbH in Rellingen, Schenefeld und Pinneberg, das sind vier starke Marken, drei starke Standorte, ein starkes Team. Sie werden äußerst zufrieden sein.